So, wir werden uns heute wieder mal mit den Rohstoffen beschäftigen und zwar heute mit den Volatilitäten der Rohstoffe. Das wird heute ein hundertprozentiger Praxisfilm. Wir werden auch ein bisschen hier selbst basteln heute auch. Wir werden uns angesehen hier den Rohstoffradar, den neuesten von der Wirtschaftswoche, ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen. Wir werden den mal ein bisschen genauer analysieren, aber nur jetzt zu Demo und zu Lehrzwecken. Und wir werden uns dann hier mal mit dem Silber noch mal etwas näher beschäftigen und uns zu einem Rohstoffradar mal versuchen, mal selber zu basteln. Was ja immer viel besser ist, als irgendwas hier Fertiges zu verwenden. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe. Hallo! So, jetzt hier ist der Rohstoffradar, der aktuelle vom 19.09.2022 der Wirtschaftswoche. Wie gesagt, keine Werbung und das ist jetzt nur für Demo und für Lehrzwecke. Nicht, dass ich da jetzt einen auf die Mütze bekomme von der Wirtschaftswoche. Das möchte man natürlich nicht. Oder ich möchte das nicht. So, das ist jetzt hier der Zeitraum 20.09.2021 bis 19.09.2022. Das ist also ein Jahr. Und hier sind jetzt die Volatilitäten von Industriemetallen, von Edelmetallen, von Landwirtschaftsprodukten und von der Energie abgebildet und dann hier auch noch Vergleichswerte. Ja, bei den Industriemetallen haben wir Alu, Blei, Eisenerz, Kupfer, Nickel, Zink, Zinn. Die Edelmetalle Gold, Paradium, Platin, Silber. Bei den Landwirtschaftsprodukten Zucker, Weizen, Kaffee, Mais, Kakao, Baumwolle. Und bei der Energie haben wir Kohle, Gasöl, Flugbenzin, Erdölbrennt, Diesel. Und Vergleichswerte sind Strom, Emissionsrechte, Zinsen und Euro-Dollar-Kurs. Ja, das sind die hier oben. So, jetzt bastelt also hier jetzt die Commerzbank. Hier unten steht Quelle Commerzbank. Die bastelt da jetzt für die Wirtschaftswoche hier immer so einen Rohstoffradar. Ich glaube, irgendwie hat auch Bloomberg noch da irgendwo die Griffel drinnen. Ja, und die messen jetzt also hier in diesem Zeitraum, für diesen Zeitraum, die Schwankungsbreite von diesen hier aufgeführten Rohstoffen. Je weiter hier so ein Sektor nach außen geht, desto höher ist die Schwankungsbreite. So, nochmal. Der Rohstoffradar misst die Volatilität ausgewählter Preise und ist ein wichtiger Indikator für Firmen und für Anleger. Er stellt die durchschnittliche prozentuale Abweichung vom Mittelwert der vergangenen zwölf Monate dar. Der Radar erscheint zweimal jährlich, exklusiv in der Wirtschaftswoche. So, er stellt die durchschnittliche prozentuale Abweichung vom Mittelwert der vergangenen zwölf Monate dar. So, das wollen wir mal ein bisschen näher untersuchen. Zum Beispiel haben wir hier beim Strom, das ist ja hier ein Vergleichswert, haben wir hier eine prozentuale Abweichung von 131 Prozent vom Mittelwert. Also über 100 Prozent vom Mittelwert. Das möchte ich schon mal sehen, wie das funktioniert. Okay, aber dazu gleich mehr. So, jetzt, was kann man denn jetzt allgemein feststellen? Wir stellen fest, wir haben hier den Energiesektor und da sieht man hier ganz klar bei den Energien die größte Schwankungsbreite. Also bei Kohle ist die größte, ja, Gasöl, Flugbenzin, Diesel, Erdöl, alle so ziemlich hohe Schwankungsbreiten. Ja, dann kommen hier die Industriemetalle und dann kommen hier die Soft Commodities. Ja, die Edelmetalle, da hat das Palladium am meisten geschwankt. Ja, und hier bei den Industriemetallen hat Nickel und das Eisenerz am meisten geschwankt im letzten Jahr. So, jetzt schauen wir uns das jetzt nochmal an. Jetzt gucken wir uns erstmal hier den Strom an. Ja, das wollen wir mal feststellen, was das mit diesen 131 Prozent, was das jetzt denn hier sein soll. Ja, so, jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt hier mal aus Statista, habe ich jetzt mal hier die Preisentwicklung, Börsenstrompreis am EPX, Spotmarkt für Deutschland-Luxemburg. Von September 2021 bis September 2022. Das sind hier also jetzt die Monatsmittelwerte hier abgetragen, ja, für den entsprechenden Zeitraum. Wie gesagt, die Quelle ist hier Statista. So, und jetzt schauen wir mal. Das ist jetzt hier der Zeitraum, der eben auch hier drin steht. Ja, das ist der hier. Das ist von Oktober bis September 2022. Da habe ich hier mal die ganzen Werte hier mal eingetragen, ja, in eine Excel-Tabelle. Dann kann man die markieren und dann bekommt man da automatisch einen Mittelwert ausgeworfen und der beträgt hier 231. Ja, das habe ich jetzt hier also mit Excel ausgerechnet. Ja. So, dann male ich hier das mal ein, die 231. Ja, und jetzt möchte ich mal wissen, 131%, ja, 131%, das haben wir ja hier gesehen, das sind die hier 131% von diesem Mittelwert. Ja, was ist denn das? Wenn ich jetzt 131% von 231% da nach unten gehe, dann lande ich ja hier im negativen Bereich. Also, ich kann, muss ich sagen, mit dieser Abweichungsangabe von diesem Radar, ja, von der Wirtschaftswoche, kann ich jetzt so wahnsinnig nicht viel anfangen. Ja, es mag irgendwie stimmen, keine Ahnung. Dann müssten Sie aber dann auch noch erklären, wie denn diese Werte jetzt genau berechnet werden. Weil so, wie die das hier angegeben haben, ja, hier, äh, durchschnittliche prozentuale Abweichung vom Mittelwert, da komme ich ja doch hier ins Negative, ja. Also, vielleicht, vielleicht stelle ich mich jetzt auch ein bisschen blöd an, aber ich verstehe das nicht, ja. Mein kleines Gehirn versteht das nicht. So, ich habe jetzt hier mal dasselbe ausgerechnet, ja, ich komme also hier im positiven Bereich, wenn ich mal den höchsten Wert hier nehme, auf plus 101%. Und wenn ich hier den kleinsten Wert hier nehme, nach unten hin, komme ich auf, Entschuldigung, bin etwas heißer heute, auf minus 44%, ja. So, das ist jetzt hier nicht ganz diese 131%, die jetzt hier die Wirtschaftswoche angibt. So, nochmal zum Beispiel jetzt Kohle, ja. Bei der Kohle kann man das natürlich genauso machen. Also in etwa, jetzt machen wir mal eine andere Methode. Jetzt nehmen wir hier mal den Kohle-Chart, ja. Den habe ich jetzt hier aus Finanzen, glaube ich. Den guckt man aber überall her, ja. Ja, das ist der Kohlepreis-Chart in Dollar. Und da habe ich jetzt mal auch wieder für die einzelnen Monate hier, habe ich mal so die Mittelwerte, das habe ich jetzt so Daumen mal Pi gemacht, ja. Ich habe hier immer so einen Monat genommen und habe geguckt, aha, wo ist denn da jetzt ungefähr die Mitte, ja. Ja, der Schwerpunkt, wo ist denn hier der Schwerpunkt? Das habe ich mir für jeden Monat hier angeguckt, habe das dann in die Tabelle hier eingetragen und habe einen Mittelwert bezeichnet von 267. Diese Daumen mal Pi-Methode, die funktioniert wunderbar, ja. Das muss ja nicht auf Zehntel genau sein, ja, aber das funktioniert wunderbar. Ja, man muss natürlich ein bisschen Gefühl für das Schätzen haben, ja, aber das kann man locker hinkriegen. Ja, wie gesagt, das kommt auf ein paar Zehntel da jetzt nicht an, ja. Ja, so, und wenn ich jetzt diese 108,5 von diesem Radar, ja, da steht hier 108,5 bei der Kohle, wenn ich das jetzt hier von 267 nehme, ja, da kann ich jetzt auch nicht so viel damit anfangen, weil da komme ich im negativen Bereich wieder hier ins, im unteren Bereich wieder ins Negative, ja. 108 Prozent von 267, das sind auf jeden Fall über 267, würde ich sagen, ja. So, nach meiner Methode, ja, ich habe das ja hier mal so gemacht, nach meiner Methode komme ich hier im positiven Bereich auf plus 69 Prozent und im negativen Bereich auf minus 59 Prozent. So, und das kann man jetzt hier für alle Rohstoffe hier jetzt mal so durchmachen, durchdeklinieren, ja, das findet man alles hier, diese Charts findet man überall, und dann kann man sich das hier wunderbar hier zurecht basteln, ja. Also, ich kann diesem Radar hier jetzt nicht ganz folgen, kann sein, dass er richtig ist, aber wenn, dann müsste man ihn auch noch besser erklären, finde ich. Ich werde mal an die Wirtschaftshoche schreiben und das mal anregen, ja, dass die das mal nochmal hier sich genau angucken. So, ich finde, es ist besser, nicht alles zu glauben, ja, immer alles schön zu hinterfragen, das ist ja sowieso klar, das wird hier ja sowieso ständig gemacht, ja, und lieber eigene Analysen machen, ja. So, wenn du jetzt Interesse an Wirtschaft hast, ja, ich habe hier tolle Kurse gemacht, ja, zum Beispiel hier einen Wirtschaftsbasics Deep Dive Kurs, ja, da behandle ich die Wirtschaftsbasics von BWL, VWL, Psychologie ist dabei, wirtschaftliche Konzepte sind dabei. Wenn du da Interesse hast, ja, einen Link findest du da im Anhang, ja, ja, da mache ich auch lauter, tiefer gehende, hier, Wirtschaftsanalysen und Wirtschaftswissen wird da ganz tief behandelt. So, wie gesagt, ein eigenes Radarsystem aufbauen ist doch immer das Allerbeste, ja, das macht am Anfang etwas Arbeit und Aufwand, ja, doch in der Pflege ist es dann absolut easy, ja, das ist absolut easy. Man kann da zum Beispiel hier in PowerPoint, ja, kann man sich hier so eine Datei anlegen, ja, und dann hier diese ganzen Charts da reinkopieren und dann eben jeden Monat oder jedes halbe Jahr dann, was weiß ich, dann aktualisieren und dann hier nach dieser Daumen mal Pi Methode sich das dann angucken, das macht doch auch Spaß. Ja, und vor allem, wenn man natürlich jetzt auch ein Investor ist, sich in Rohstoffe engagiert, BHP oder Heckler oder wo auch immer, dann ist es, finde ich, eine Pflicht, sich so eine Datei anzulegen, würde ich sagen. So, jetzt schauen wir mal uns das Silber an. Silber ist jetzt hier angegeben mit einer Schwankungsbreite von 24,8, also knapp 25%. So, dann kopiert man sich wieder hier den Silber-Chart raus, ja, und dann sagt man auch wieder Mittelwert Daumen mal Pi, ja, kann man sich dann hier wieder so nach dieser Methode, ja, jedes einzelne Monat nehmen und dann den Schwerpunkt ausrechnen, dann die ganzen Monate addieren und dann einfach sozusagen durch 12 teilen. dann kommt man hier auf diesen Mittelwert, ja, und der ist dann hier bei 22,04, ja. Habe ich mal so berechnet, 22,04 und dann haben wir hier jetzt eine Abweichung nach oben hin plus 18% und nach unten hin minus 18%, ja. Das sind also vier nach oben und vier nach unten sind dann 18% circa, ja. So, dann hat man das, ja, dann hat man das. Und das Ganze kann man jetzt zum Beispiel auch für Heckler machen, ja. Heckler, das ist ja hier der größte amerikanische Silberförderer, ja, kann man das auch mal machen. Dann komme ich hier auf eine Abweichung im positiven Bereich auf plus 44% und im negativen Bereich auf minus 22%. Dann kann ich das jetzt hier vergleichen mit dem Silberchart, mit dem Originalchart, ja. Silber war plus minus 18, Heckler plus 44, minus 22, also nach oben hin deutlich mehr, ja. Und nach unten hin ist es ein bisschen mehr bei Heckler. Ja, so, das kann ich auch noch für First Nilo machen, ja. First Nilo plus 34 nach oben, minus 15 nach unten, ja. Das ist also hier nach oben hin auch wieder deutlich mehr als Silber und nach unten hin ist es ein bisschen weniger als Silber, ja. Aber weniger als bei Heckler. So, First Nilo schwankt also weniger als Heckler. So, jetzt kann ich es nochmal machen für die KGHM, ja, zum Beispiel. Ist ja auch ein großer Silberförderer. Ja, aus Polen, ja. Polen ist das Land mit dem zweitmeisten Silber weltweit. Man höre und staune. So, hier plus 44 nach oben, minus 36 nach unten. Das kann man dann auch wieder vergleichen mit Silber, ja. Also KGHM, das schwankt ungefähr so wie Heckler, stellt man dann fest. Ja, das sind doch interessante Feststellungen, finde ich. Ja, und dann kann man zum Beispiel auch noch das so machen, dass man das jetzt hier in so einen Chart hier mal reingibt. Also Silber, First Nilo, Heckler und KGHM in einen Chart. Dann jeweils mit den Vergleichen, ja. Dann hat man hier jetzt so einen Chart von Oktober bis September. Und dann sieht man da hier das dunkelblaue, das ist das Silber, ja. Dieser dunkelblaue Verlauf. Und das orange, das ist Fest Nilo. Dann hier unten das gelbe, das ist Heckler. Und dann hier unten das, was ist das hier? Blau, hellblau würde ich mal sagen. Das ist KGHM. Ja, und dann sieht man auch ganz deutlich, dass die sich überwiegend schlechter entwickeln, als der Urstoff Silber schlechthin, ja. Nach unten hin. Ja, das haben wir ja hier auch schon überall festgestellt. Ja, das sieht man dann hier auch so, ja. Also das könnte man zum Beispiel auch machen. Ja, und dann macht man das für die Urstoffe, die für einen interessant sind, ja. Und dann hat man das selbst gemacht und das macht doch Spaß. Und dann weiß man zum Beispiel auch, dass man da, wenn man jetzt irgendwelche Fehler gemacht hat, dann hat man die wenigstens selbst gemacht, ja. Und man versteht das Ganze auch viel besser und beschäftigt sich auch gleichzeitig hier mit den Märkten, was immer eine gute Sache ist. So, ich hoffe, das hat jetzt heute einigermaßen ein bisschen was gebracht an Einsicht und vielleicht auch an Inspiration, mal so ein bisschen auch selbst hier tätig zu werden, ja. Nicht immer sich irgendwas hier durchzulesen, sondern mal selbst handwerklich tätig werden, würde ich sagen. Würde ich sagen, tschüss, ciao und servus. Goodbye.